Borussia Dortmund hat den deutschen U21-Europameister von 2017 und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2016, Jeremy Toljan, verpflichtet. Der Anfang des Monats 23 Jahre alt gewordene Außenverteidiger unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Jeremy kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Abwehrseite spielen, sagt Sportdirektor Michael Zorze und fügt hinzu, er war einer der Garanten für den Titelgewinn der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in diesem Sommer. Toljan kam in allen Partien über die volle Distanz zum Einsatz und bereitete während des Turniers drei Tore vor, darunter den Siegtreffer im Finale gegen Spanien, 1-0. Der gebürtige Stuttgarter absolvierte für die TSG Hoffenheim seit seinem Bundesliga-Debüt am 5. Oktober 2013 insgesamt 56 Bundesligaspiele mit zwei Toren und weitere sechs DFB-Pokalspiele. Von der U17 bis zum Olympiateam, mit dem er 2016 in Brasilien die Silbermedaille gewann, lief er bislang 38 Mal für Deutschland auf. Er ist ein Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, sagte Zorze.